Die russischen Panzer werden bald gegen unsere Grenzen anstürmen. Wenn wir keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergreifen, wird es brenzlig für das Reich. Ich brauche einen Offizier, der überlebt. Wer ist das? Lange nicht gesehen, Soldat. Ich gebe dir eine Chance. Du stellst deine russische Panzerversatzung zusammen. Wir werden mit diesen Tanken beurteilen. Wir werden mit den Tanken beurteilen. Das sind die Gladiator, oder? Und was du denkst? Und was du denkst? Ja, du denkst. Besser auf den Tanken von Poligonen? Das ist alles. Kauk. Ja! Kauk. Sauber, mindst du was ! Kauk. Mordeier sich direkt vor uns! Kauk. Kauk! Kauk. 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 Hey guys, here's today's Daily Fact. The bridge explosion in the good, the bad and the ugly had to be shot twice. Now remember the scene when Blondie and Turco blow up the bridge leading to the cemetery where the gold is believed to be buried? Well, a misunderstanding led to the dynamite around the bridge being detonated before cameras were ready to catch it, requiring the bridge to be rebuilt and the whole thing to be shot again. Now click here below to subscribe for more great content and on the side to watch another video.